Hallo und herzlich willkommen bei musixot.tv. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Fabian und ich habe euch heute eine wahnsinnig tolle Gitarre von der Firma Dovina mitgebracht, die ich euch gerne mal im Detail vorstellen möchte. Dieses tolle Instrument ist ein Custom Shop Instrument von Dovina. Das heißt, der Inhaber persönlich hat diese Gitarre gebaut. Er hat die Hölzer ausgewählt und alles bis ins Detail selber konstruiert. Ein wahres Einzelstück und sehr, sehr besonders, gerade in der Auswahl der Hölzer. Auf die gehe ich jetzt nochmal im Detail ein. An dieser wunderschönen Fichtendecke kann man erkennen, wie sorgfältig die Hölzer bei der Firma Dovina ausgewählt werden. Wir haben hier eine alpine Fichte, also in Deutschland oder vielmehr in Europa geschlagen, mit einer sehr tollen Flammung und einer sehr gleichmäßigen Maserung. Es ist ein sehr, sehr individuelles Material. Boden und Zargen sind aus massivem Kokobolo-Holz. Das hat eine sehr, sehr auffällige Maserung. Zum Beispiel dieser Einschnitt hier, dieser Helle, ist auch wiederum ein sehr, sehr großes Qualitätsmerkmal bei den Gitarren. Auch sieht man, mit wie viel Liebe zum Detail die Hersteller von Dovina solche Gitarren bauen. Man hat sogar an dem Endstück des Halses das gleiche Material verwendet wie auf der Rückseite. Auch bei Hals und Griffbrett wurde nicht auf hochwertiges Material verzichtet. Wir haben beim Griffbrett massives Ebenholz mit einem wahnsinnig schönen Binding aus massivem Ahornholz. Der Selected Hardwood-Hals und die Kombination aus allen Hölzern führen natürlich zu einem hervorragenden Spielgefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus ästhetischen Zwecken hat der Hersteller an der Kopfplatte nochmal das gleiche Material genommen wie Boden und Zargen. Das heißt, hier haben wir auch ein Stück massives Kokobolo. Am zwölften Bund haben wir ein schönes Inlay aus Abalone und die Rosette ebenfalls aus dem gleichen Material. Nicht nur akustisch ist die Gitarre ein wahrer Traum. Auch das Tonabnehmer-System, das LRBX Anthem, sorgt für einen wahnsinnig tollen Sound auch auf der Bühne. Außerdem verfügt die Gitarre über sehr hochwertige, aber auch sehr stimmstabile Grover-Mechaniken, deren Knöpfe aus echtem Ebenholz sind. Soviel für heute bei MusicStore TV. Das war es mit mir, Fabian. Ich bin froh, dass ich euch heute ein so ausgewähltes Meisterstück präsentieren durfte und freue mich natürlich, wenn ich euer Interesse geweckt habe. Diese Gitarre ist testbereit bei uns hier im Laden in Köln. Wenn ihr da Fragen zu habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich freue mich auf euren Besuch. Das war es mit mir.